Hallo und herzlich willkommen, hier ist Barlow mit BMZ Nummer 764 und den Themen Eifersucht, Geschenkter Gaul und WoW-Prominente. Hallo Onkel Barlow, in der 750. Folge habe ich es nun endlich, nee, habe ich nun endlich geschafft, mir ein Herz zu fassen und eine Frage zu stellen. Mir ist es überhaupt nicht mehr im Kopf geblieben, dass 750 eigentlich auch ein ganz schönes Jubiläum ist, ne? Vielleicht findest du sie ja interessant genug für ein BMZ. Mein Tipp übrigens, Barlows Meinung zu, Nicht-Brandmeldezentrale, TLDR, Eifersucht in der Beziehung. Ich bin mit einer Freundin inzwischen seit zweieinhalb Jahren zusammen, wir kennen uns seit drei Jahren und sind seit circa einem Jahr verlobt. Okay, okay, vor drei Jahren kennengelernt, dann nach einem halben Jahr zusammengekommen und seit einem Jahr verlobt. Gut, ich habe eine sehr gute Freundin in meinem derzeitigen Wohnort Hannover, wo meine Freundin und ich uns ebenfalls eine Wohnung seit zwei Jahren teilen. Gut, also auch recht schnell nach dem Zusammengekommen sein, auch zusammengezogen, ein halbes Jahr danach. Gut. Jedes Mal, wenn ich, muss das immer so ein bisschen für mich wiederholen, so ein paar Eckpunkte, weil gleich noch Namen ins Spiel kommen und dann bin ich immer total raus, weil ich total kacke bin, mir die Namen zu merken. Und das sind Fake-Namen, also nehme ich an. Jedes Mal, wenn ich mich mit besagter guter Freundin treffe, nennen wir sie Hildegard. Ja, das ist ein glaubwürdiger Name, wenn ich davon ausgehen würde, dass eine gute Freundin 72 ist. Aber gut, Hildegard ist die Freundin. Hildegard, ich brauche eine Eselsbrücke für Hildegard, habe ich gerade nicht. Habe ich abends Diskussionen mit meiner Verlobten. Meistens treffe ich mich mit Hildegard einmal alle zwei bis drei Wochen zum Kaffee trinken in der Stadt und ein wenig shoppen, vermehrt in der Weihnachtszeit, weil wir dort für unsere jeweiligen Partner schräg durch Familie Geschenken kaufen und Ideen austauschen. Am Rande der kleine Hinweis, dass Hildegard bereits seit fünf Jahren in einer festen Beziehung ist und die beiden seit einigen Wochen ebenfalls zusammen wohnen. Okay, ich habe noch nicht verstanden, warum deine Freundin sauer ist. Habe ich das richtig gelesen? Jedes Mal, wenn ich mich treffe, hast du Diskussionen mit der Verlobten. Ich schließe daraus, dass sie darüber nicht glücklich ist. So, dass ihr nicht über irgendwas völlig anderes diskutiert, über Hildegards Frisur und wie man die so toll hinbekommen kann. Gut, aus Vereinfachungsgründen nennen wir nun meine Freundin Greta, Gerda, Entschuldigung, Gerda, Gerda und Hildegard. Auch noch Gerda und Gart, so nah beieinander. Gerda ist die Freundin, Gerda ist die Freundin, Gerda. Gut, Gerda, Hildegard. Als Gerda und ich in unsere erste Wohnung gezogen sind, hat Hildegard mit einer Freundin von Gerda zusammen das Bad geputzt. Hildegard mit der Freundin von Gerda, also die Bekannte mit einer Freundin deiner Freundin. Gut, haben das Bad geputzt. In dieser Situation hat Hildegard der Freundin wohl erzählt, dass die Beziehung mit Gerda und mir eh nicht lange hält und warum wir überhaupt zusammenziehen würden. Gerda und du in die erste Wohnung gezogen. Habt ihr schon zwei verschiedene Wohnungen in der kurzen Zeit gehabt? Okay. Erste Wohnung. Wir erinnern uns, das war, nachdem ihr ein halbes Jahr zusammen wart. Seid ihr direkt in eine Wohnung zusammengezogen. Okay. Und sie hat gesagt, sie glaubt, dass es nicht lange hält. Das hat die Freundin Gerda natürlich erzählt. Wie man es denn so macht, wenn einem etwas unter dem Siegel der Verschwiegenheit gesagt wird. Oh, weil ist es ja nicht immer. Manchmal sagt man es ja auch, damit es weitererzählt wird. Weshalb Hildegard seitdem bei Gerda unten durch ist. Ich habe Hildegard darauf natürlich angesprochen, was sie selbstverständlich verneinte. Ähm, hm, hm, hm. Okay. Mir gegenüber erzählt Hildegard, wie sehr sie uns das Glück gönnt und wie sehr sie es freut, dass Gerda und ich zusammengefunden haben. Das schließt sich ja nicht aus. Man kann ja glauben, dass etwas nicht lange hält, aber trotzdem sagen, ähm, ich finde das gut. Ja, wenn du zum Beispiel, ähm, keine Ahnung was, ein Poster mit Kaugummi festmachst, dann findest du es gut, dass es da hängt, glaubst aber nicht, dass es da lange hält. Okay, aber das ist vielleicht nicht das beste Beispiel. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, wenn ich jedoch zum Beispiel auf Feiern nicht dabei bin, erzählt mir Gerda im Nachhinein, dass Gerda und Hildegard keine Kommunikation zueinander finden, weil beide extrem verschiedene Ansichten, Interessen, Meinungen und Kommunikationsarten haben. Gerda zum Beispiel tanzt gerne ihren Text und Hildegard singt ihn stattdessen. Ähm, Hildegard ist eher negativ-sarkastisch eingestellt, Gerda wiederum offen, herzlich und ehrlich. Hm, es ist schon mal interessant, wenn du eine Freundin, eine Bekannte hast, die du als das Gegenteil von offen, herzlich und ehrlich bezeichnest. Hm, nebenbei bemerkt, der Freund von Hildegard ist auch seit langem eifersüchtig auf mich, wenn ich mich mit ihr treffe, weshalb zum Beispiel Hildegard es ihm bis vor zwei Monaten nie erzählt hat, dass ich mich mit ihr treffe. Jedes Mal also, wenn ich mich mit Hildegard treffen will, gibt es abends Diskussionen darüber, ob dies hätte sein müssen, von Gerda aus, ja, von deiner Freundin aus. Was wir denn gemacht haben? Alte Narben kommen wieder hoch. Moment, welche alten Narben? Geht es nur um das eine Mal, wo ihr gerade frisch zusammengezogen seid und sie sagte, sie glaubt nicht, dass das lange hält oder gibt es noch mehr Narben? Ich möchte mehr Narben wissen, wenn es mehr Narben gibt. Einmal kam ich eine Stunde später als verabredet nach Hause. 20 Uhr statt 19 Uhr. Du kannst dir vielleicht vorstellen, wie sie reagiert hat. Bis drei Uhr nachts haben wir noch darüber diskutiert. Nee, das kann ich mir jetzt grundsätzlich nicht vorstellen. Also eine Stunde später nach Hause zu kommen, als geplant, ist jetzt erst mal nichts per se Wildes. Also jetzt oder speziell in dem Kontext, dass sie wusste, dass du mit der anderen Freundin verabredet warst. Selbst dann, also vielleicht, wenn sie, keine Ahnung, dir eine Message geschickt hat und du nicht antwortest oder so, aber das ist eher so ein bisschen, das klingt jetzt so ein bisschen nach ein bisschen viel Kontrolle oder Paranoia. Also wenn jemand einmal zu spät nach Hause kommt und fragst, was war los? Ja, sorry, mein Handy war alle, keine Ahnung was. Und dann ist aber auch gut. Das ist normalerweise erst mal nichts, wo man bis drei Uhr darüber diskutieren müsste. Sei denn, du verschweigst uns Dinge. Inzwischen ist es besser geworden und Gerda weiß eigentlich, dass es an ihr liegt. Das hat aber vor allem den Grund, dass ich mich seltener mit Hildegard treffe, weil ich wenig Lust auf Diskussionen habe. Hast du Tipps für mich und oder Gerda? Warst du schon mal in einer ähnlichen Situation, wie bist du damit umgegangen? Vielen Dank für deine Beziehungstipp. Ich bin da absolut der Beste für. Ich bin der König in Sachen Beziehung. Die haben mir jahrelang oder jahrzehntelang nie funktioniert. Aber jetzt habe ich eine mit Carla und die ist toll. Viele Grüße aus Hannover und gute Besserung. Viel Erfolg, Glück und vor allem Kraft. Also meine Experten-Tipps möchtest du mir wieder hören. Es ist immer wieder so die Rubrik schwierig, weil ich schwer abschätzen kann, was genau die Animositäten zwischen deiner Freundin und, also zwischen Gerda und Hildegard sind. Das kann ich nicht genau abschätzen. War das nur diese eine Geschichte? Wenn ja, würde ich sagen, das ist etwas, oder hauptsächlich diese eine Geschichte. Wenn ja, würde ich sagen, dass etwas darüber man hinwegkommen kann. Und dann die Sachen, die du als Charakter oder unterschiedliche Arten und Weisen zu sich, keine Ahnung, auszudrücken beschreibst oder Charaktereigenschaften, die klingen halt so, als wären die beiden tatsächlich quasi gar nicht kompatibel zueinander. Aber auch nicht so, als wäre Hildegard jemand, mit dem man jetzt zwingend gerne viel Zeit verbringen müsste, das mal vorsichtig formuliert. Das kann ich nicht beurteilen. Aber wenn du sie als das Gegenteil so ein bisschen von offen, ehrlich und herzlich beschreibst, dann klingt die halt so wie jemand, wo ich verstehen kann, wenn man ungeachtet der Tatsache, ob das jetzt nur ein Freund, Freundin oder sonst was ist, sagt, ist jetzt nicht so mein Fall. Und dann wird es halt schwierig. Also es ist halt schwierig für mich zu unterscheiden, ist das jetzt Eifersucht und übertriebene Eifersucht oder gibst du dich mit jemandem ab, wo unabhängig von der Eifersucht deine Freundin einen guten Grund hat zu sagen, boah, das ist aber eine Person, die sagt mir jetzt nicht so unglaublich zu. Ja, also keine Ahnung. Jetzt stell dir mal vor, das wäre ein Kerl und es gäbe jetzt aus Sicht deiner Freundin da keinen Grund zur Eifersucht und du würdest, keine Ahnung, jeden Freitag mit Hitler-Billiard-Spielen gehen. Dann kann ich das auch verstehen, dass deine Freundin sagt, weißt du was, ist ja alles schön und gut, aber ich fände es cool, wenn du nicht mit Hitler-Billiard-Spielen gehen würdest. Und wenn du dann noch irgendwie, keine Ahnung, von den Besuchen da zu spät kommst und weiß der Teufel was und Hitler das seiner Freundin nicht erzählt, vielleicht ist es dann noch ein größeres Problem. Also kurzum, ich kann es dir nicht genau sagen. Es kann sein, dass du auf der in Anführungsstrichen richtigen Seite stehst und das halt einfach nur eine ganz normale Freundin ist und du mit deiner Freundin einen Weg, also mit Gerda einen Weg finden musst, dass sie damit klarkommt, dass du auch mal dich mit einer anderen Bekannten verabredest oder es kann etwas sein, wo man sagt, okay, sie hat ja nicht grundsätzlich etwas dagegen, dass du dich mit irgendwelchen Frauen oder weiblichen Bekannten verabredest. Sie möchte dir nicht deinen gesamten weiblichen Bekanntenkreis madig machen oder verbieten, sondern es ist ein Problem mit dieser einen Person. Du sagst, dass es nur Eifersucht ist oder hauptsächlich Eifersucht ist, aber es ist natürlich auch klar, dass das deine Ansicht ist. Es gibt ja nicht so viele andere Möglichkeiten, die dich zwangsläufig dann dazu führen würden, dass du den Kontakt zu Hildegard einstellst. Kann ich keine universelle Lösung geben, wäre aber gespannt, ob es da ein Update gibt. Hallo Onkel, ich wollte auch mal ein Thema zum BMZ beitragen, das ist schön. Ich habe neulich in WoW auf einen Shulken re-rolled, entsprechend schlecht war das Equipment und ich wurde verständlicherweise wenig in Mythic Plus mitgenommen. Um doch noch ein gutes Item aus der Weekly Chess zu bekommen, habe ich bei einem Giveaway in der Twitch-Streamerin mitgemacht und sogar gewonnen. Wurde daraufhin von ihr und ihrer Stammgruppe Heilertank 1DD bei einem Elver-Key mitgenommen. Mein GS war zu diesem Zeitpunkt deutlich zu schlecht, als dass ich einen sinnvollen Beitrag zum Bestehen der Instanz hätte beitragen können. Die Streamerin suchte deshalb über den Stream einen weiteren Random DD, der mich ausgleichen sollte im Schaden. Es meldete sich ein Paladin mit gutem Gearscore und die Instanz begann. Schnell zeigte sich, dass der Random DD den gleichen, teilweise sogar weniger Schaden machte als ich. Die Instanz wurde trotz der guten Gruppe nicht in Time. Es zog sich ziemlich, es droppten entsprechend weniger Items am Ende und dein Rio verbesserte sich nicht. Ernsthaft? Dein Rio? Du hast gerade rerollt auf einen Gammelschurken, der null Equipment hat und maulst dich, gecarryt zu werden und dein Rio verbessert sich nicht? Uiuiui, Fräulein. Am Ende war ich deshalb ziemlich ungehalten von ihr. Auch noch pampig werden? Nice. Die Streamerin wohl auch, zeigt es aber nicht so deutlich. Sprach nur davon, dass sie nicht bedacht hat, zwei DDs ziehen zu müssen. Was denkst du? Zum einen sollte man sich nicht freiwillig zum Ziehen melden, wenn man dazu nicht in der Lage ist. Aber der hat das doch umsonst gemacht. Er hat doch nichts dafür verlangt. Er hat doch einfach nur geholfen. Er hat im Loserfahren ja nicht gewonnen. Zum anderen war es nicht mein Key. Ich habe nichts bezahlt. Geil. Dass ich überhaupt mitgenommen wurde, bereinigt. Ja! Du hast einfach nichts getan. Du hast nichts gemacht dafür. Du bist gecarryt worden, hast deine Elberkiste bekommen und maulst. Geil. Die Wiggle-Kiste habe ich auch erhalten. Meine Haltung gegenüber dem Random-DD basieren auf Egoismus. Kannst du meinen Standpunkt trotzdem nachvollziehen? Alter Vater. Ich merke euch, dass ich deine Haltung zu manchen Themen nicht teile. Ach, verrückt. Wie kann das nur sein? Aber sie mir neue Perspektiven zeigen. Danke dafür. Grüße, Marie. Ah, schön auch. Schöne Geschichte. Also grundsätzlich kann ich verstehen, dass man halt sagt, wenn ich eine Gruppe zusammenstelle zum Carrying, dann möchte ich nach Möglichkeit Leute haben, die das auch gut hinbekommen. Also aus Sicht eines Streamers. Wenn ich sage, wenn ich sage, ich baue eine Gruppe, die soll Carrying können, dann versuche ich eine zu finden, die das kann. Und wenn das eben nicht so gut klappt, dann überlege ich mir einen Plan B. Machen wir so weiter, wie so gut es halt geht mit der Gruppe weiter? Oder ist das so schlecht, dass wir damit nicht das gewünschte Ziel erreichen können und stelle dementsprechend um? Ich kann nicht genau sagen, was jetzt mit diesem speziellen Spieler der Fall war. War das jemand, der sich in dem entsprechenden Dungeon nicht auskannte oder jemand, der Mist gebaut hat, weil er, keine Ahnung, nervös war? War es jemand, der einfach überhaupt nicht zu spielen in der Lage ist? Oder ist das vielleicht auch ein bisschen übertrieben, so von dem, dass du kein Gear hast und sich jemand mit super Gear-Score meldet und du genau den gleichen Schaden machst? Erfahrungsgemäß, wenn ich solche Geschichten höre, ist das dann so, man macht selber einmal in so einem 7-Sekunden-Fight mit allen Cooldowns, macht man irgendwie denselben DPS und über die gesamte Instanz gesehen, ist es dann so ein Drittel. Aber das wird dann verbucht, als ich habe denselben Schaden gemacht. Also das alles ist so ein bisschen schwer von der Ferne zu beurteilen. Aber das sind so Sachen, die, da verstehe ich halt, wenn man sie grundsätzlich als der Gruppenzusammensteller problematisch findet. Aber du hast ja selber gesagt, du hast absolut nichts investiert, gar nichts dafür getan, bist mitgenommen worden, obwohl du nur das fünfte Rad am Wagen bist oder ein Klotz am Bein bist, gecarried worden. Und die anderen Spieler haben dir alle nur helfen wollen und sich dann zu beschweren, dass der Rio nicht, warum sollte der steigen? Du bist gecarried worden, verdammt! Also ich meine, klar, man kann vermutlich auch einen Carry kaufen, indem man dann noch noch Rio-Punkte, also Raider IO-Score, für diejenigen, die das jetzt nichts mehr sagt, die da schon wieder raus sind, weil sie so viel Klassik gespielt haben oder so. Das ist halt eine Wertung, die, ja, die quasi angibt, wie in welcher Schwierigkeit man welches Dungeon gemacht hat und je mehr Punkte man dann hat, desto besser ist es, wenn andere danach fragen oder nach Leuten suchen. Ja, keine Ahnung, also sagen wir, ich stelle teilweise weniger Ansprüche, wenn ich deutlich mehr investiere und mehr mitbringe an meine Mitspieler, ja, wenn ich da so an Gruppen denke, wie die Learning Community oder so, da stelle ich weniger Ansprüche, wenn ich viel dazu beitragen kann. Ähm, von daher, ja, also viel Erfolg mit der Einstellung in der Zukunft. Lass mich wissen, wie das läuft, wenn du das dann beim nächsten Mal anmerkst, dass du ja jetzt schon irgendwie nicht so ganz happy bist, dass da nicht so viele Items sind und dein Raider IO-Score nicht gestiegen ist. Hallo Barlo, da du ja nun auch schon seit Beginn von WoW dabei bist, würde mich mal interessieren, ob du bereits prominente Erfahrungen in WoW sammeln konntest. Ja, mich haben einige Leute getroffen. Sprich, schon mal auf eine bekannte Persönlichkeit getroffen bist. Natürlich ist es auf deutschen Servern eher unwahrscheinlich, auf die US-amerikanische Promi-WoW-Elite à la Mila Kunis oder Vin Diesel zu treffen. Aber den ein oder anderen deutschen Promi gibt es ja auch. Wen außer Yvonne Cutterfeld? Ähm, Afro, aber den habe ich nicht ingame getroffen. Also ich habe ihn schon ingame getroffen, aber ich habe ihn vorher außerhalb des Games kennengelernt und dann haben wir mal zusammen gezockt. Aber wir haben beispielsweise in unserer Classic-Gilde herausgefunden, dass ein aktueller Fußballprofil auf der Bundesliga bei uns mitmischt. Nein, den möchte ich auch treffen. Ich bin ein großer Fußballfan. Ich habe noch nie einen aktiven Bundesliga-Profi kennengelernt. Das würde ich auch gerne noch tun. Habe ich, glaube ich, neulich im Podcast mal erwähnt. Wir haben uns selbstverständlich darauf geeinigt, den Namen nicht in der Welt herumzuposaunen. Dann würde mich mal interessieren, ob du da was zu erzählen hast. Ähm, nicht, wenn es nicht WoW-Prominenz ist, glaube ich, oder? Also wenn wir das mal so vereinfachen. WoW-Prominenz, das wären jetzt für mich Leute, die halt durch Gaming-Content allen voran WoW-Bekanntheitsgrad haben, ne? So würde ich das mal sagen. Also mit anderen Streamern habe ich natürlich schon zusammengespielt. Ähm, und, ja, Punkt. Mit anderen Streamern habe ich zusammengespielt. Äh, jetzt überlege ich gerade, ob ich irgendwen kenne, der außerhalb von WoW-Berühmtheit hat, den ich in WoW getroffen hätte. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Wenn ich keinen übersehe und euch jemand einfällt, also WoW-Prominenz wie, keine Ahnung was, äh, Steve oder, oder Venian seiner Zeit oder, keine Ahnung, auch Drunken vielleicht, den der ein oder andere kennt. Und, ähm, ich habe mich neulich sehr, sehr gefreut. Ich weiß nicht, ob er jetzt gerade zuhört. Ähm, aber dass mich der, ähm, wie heißt der denn? Ähm, jetzt bin ich gerade so verwirrt, weil ich eben gerade einen Tweet gelesen habe von, ähm, von Sko, von, von Method, dass ich bei Method Sko war. Nee, Deep, Deep Shades von, äh, von Method hat mich neulich angeschrieben. Und da habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut. Aber sonst, äh, nicht WoW-Prominente fällt mir jetzt kein einziger ein, den ich in WoW kennengelernt habe. Aber ich weiß auch nicht, ob ich da so der, 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 der beste Kandidat für wäre, weil ich mich oft beim Zusammenspielen mit Leuten jetzt nicht unbedingt dafür interessiere, wer die im realen Leben sind. Ähm, sprich, das müsste ja jemand sein, der das quasi von sich. Und ich denke mal, viele der Prominenten würden das eher nicht unbedingt tun. Sei denn vielleicht, sie kennen mich als WoW-Spieler und trauen sich dann deshalb, das zu sagen oder so. Aber nee, keine besonderen Geschichten zu, äh, zu erzählen. Wir haben schon mal die Frage gehabt, ne, was wir denn, was es denn überhaupt für, für Prominente in Deutschland gibt, die, die WoW spielen, ne, oder von denen wir das wissen. Und da wurde, glaube ich, immer Bushido genannt, von dem man das weiß, dass er das mal gespielt hat. Ich kann mich noch an Yvonne Katterfeld erinnern. Und ich habe aber ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, ob die noch irgendwie, äh, beliebt, hip und in bei irgendwem ist. Ähm, ist ja auch schon eine Weile her, dass ich davon gehört habe. Und, keine Ahnung, es gibt bestimmt irgendwo irgendwelche Artikel, bafte.de-Artikel von 2014, wo die WoW-Prominenz dann aufgelistet ist. Dass es bei den Amerikanern deutlich mehr sind, das ist, äh, das ist mir dann bekannt. Und, also, das war immer wieder mal Thema, ne, war nicht auch der Superman-Darsteller, der eine auch WoW-Spieler und hat wegen eines Raids nicht zurückgerufen oder so? Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, da gab es auch so, so ganz interessante Geschichten. Ähm, kommt vielleicht noch. Vielleicht ist es ja auch so, dass demnächst irgendwie WoW mal wieder so einen, so einen Boom, äh, erleidet, wollte ich gerade sagen, so einen Boom erfährt, dass, äh, ganz viel mehr Leute da spielen und, äh, dementsprechend dann auch mehr, also rein statistisch, mehr, mehr Prominenz dort unterwegs ist. Ähm, so, das soll es gewesen sein für heute, ich hoffe, ihr hattet Spaß, ich hoffe, ihr lasst mir weiterhin viele schöne, interessante Themenvorschläge und Fragen zukommen, egal zu welchem Thema, macht es gut und tschüss, sagt euer Onkel Barlow.